Ich verspreche euch Rock-Roll vom Kaltzen, wir sind keine Kubine! Zeig dir fremde Orte und wie schön das Leben ist, wenn man am Strand der Côte d'Azur den Burnout kurz vergisst! Keine Angst, was soll passieren, wenn wir das Gleichgewicht verlieren? Gib mir die Hand, ich nehm' dich einfach mit, ob nach viel Weltparis oder Madrid! Freiburgi, Rastorhaus, vielen, vielen Dank! Kommt auf die Tour, dann sitzt ihr mal mit dem Podcast, 21.09. aus Stuttgart. Vielen, vielen Dank auf die Toten Moses, wie ihr seid wollt! Love you!